Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assault unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Chief-Mand-Guard präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Schlangenfresser und für dieses müssen wir in der Begegnung mit Mereka im Tempel von Setralis, auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch, das massive Ei schlüpfen lassen, dann die solide Schlange besiegen und dann zum Schlangenfresser werden. Und wie das genau funktioniert, wir sind erstmal hier bei dem zweiten Boss und hier oben am Skelett, habt ihr gerade gesehen, haben wir ein Ei, das wir nur sehen können, wenn wir ein Leuchtfeuer drauf machen und das muss dann ein DK auch noch runtergrippen. Anders kriegt man es nicht, also Hunter haut das Leuchtfeuer drauf und DK grippt es runter, man braucht diese zwei Klassen. Es ist dumm gemacht, dass man es nur mit der Kombi machen kann und vielleicht ist es auch buggy und man soll es anders machen können, aber so funktioniert es leider im Moment nur. Wir haben das hier mit einem DK gemacht, der uns ausgeholfen hat, der hat sich jetzt wieder rausgeportet und der Spieler, der das Achievement eigentlich mitmachen wollte, ist bei uns jetzt wieder quasi in die Instanz reingelaufen. Das kann man machen, indem man einfach einen von den Mobs hier CC-t und dementsprechend kommt der Boss hier noch nicht. Was wir jetzt im Bosskampf machen müssen, zeige ich euch dann gleich. Ja und zwar, wenn ihr den Boss pullt, müsst ihr erstmal ihn ganz normal runterspielen, bis er abtaucht und zwar müsst ihr auch die Abtauchphase einmal ganz normal runterspielen, denn die Fähigkeiten ändern sich so ein bisschen, beziehungsweise es kommt was dazu in der zweiten Phase, nachdem er wieder hochkommt. Wir müssen nämlich das Ei jetzt ein bisschen behaken. Wir müssen einmal schauen, dass wir auf das Ei einmal so eine Giftsäure draufkriegen, das ist der Breath, den der Boss nach vorne rausmacht und dann müssen wir auch noch gucken, dass wir diesen Desorientier Laser auch einmal aufs Ei kriegen. Deswegen nehme ich jetzt den Boss und sobald er sich dazu entscheidet zu moven, ziehe ich ihn einmal hierher. Das ist einmal dieser Laser, den muss das Ei einmal abbekommen, da ist es egal, ob der Boss da in der Nähe ist oder nicht, den kriegt jeder ab und er muss einmal quasi den Breath hier draufhauen auf das Ei, dass das quasi dann aufgehettet wird und dass wir die Schlange haben, die wir dann für unser Achievement brauchen. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dass wir uns alle da hinstellen, dass dementsprechend der Breath auf jeden Fall in diese Richtung kommt. Das ist ein bisschen Geduldssache, man muss auch ein bisschen schauen, hier ist alles dann irgendwann ziemlich, ziemlich zugeweudet. Also muss man da gucken, dass man den Kampf auch noch gut runterspielt, denn ihr müsst dann später die Schlange auch noch töten, die rauskommt und zusätzlich noch draufdrücken und das ist ein Personal Achievement und nicht quasi eins für die ganze Gruppe. So, jetzt haben wir hier einen Haufen andere Schlangen, die kleinen grünen und wir haben hier eine große, ja, also den Boss und eine andere mittelgroße Schlange, die auch so ein bisschen schwärzlicher ist und das ist unsere Schlange, die gerade aus dem Ei rausgekommen ist, nachdem das Ei quasi den Breath und diesen Britzellaser abgekriegt hat. Das Problem ist bei uns, wir sind jetzt hier ganz schön in Bedrängnis, wir hätten die Ads vielleicht vorher noch clearen müssen, jetzt heile ich mich gerade ein bisschen selber. Die kleinen Ads sind down und jetzt müssen wir diese Schlange einmal töten, also sprich hier diese schwarze Schlange. Und wenn wir die getötet haben, dann können wir auf die Schlange draufklicken und kriegen dann auch das Achievement. Also den Boss müssen wir nicht töten. Das Problem ist, wenn wir diese Schlange haben, dann haben wir das Ei schon weggehauen und das dürfte dann nicht nochmal da sein. Und ja, ihr könnt halt nur auf die Schlange draufdrücken, wenn ihr dementsprechend am Leben seid. Die Schlange verschwindet relativ zügig. Ihr habt da zwei Möglichkeiten. Wenn dann, ihr überlebt den Kampf alle und klickt einmal drauf. oder ihr werdet relativ, werdet im Kampf gerätzt oder ihr killt den Boss so schnell, dass ihr nach dem Bosskampf quasi retzen könnt und dementsprechend die Leute noch draufklicken können. Wir haben hier, weil wir ziemlich vergimmt haben und ich als Tank alleine nur noch unterwegs war und den Boss dann langsam nur noch runtergedpsed habe, das Problem, dass ein Spieler das quasi dann nicht mehr drücken konnte, die Schlange despawned ist und wir den ganzen Scheiß noch nochmal machen konnten. Also sprich, komplette Instanzresetten, nochmal bis hier hinspielen, nochmal DK ranholen und so. Und das war ziemlich nervig, sagen wir es mal so. Seht, jetzt ist die Schlange nämlich schon despawned und ja, man hat dann quasi Pech gehabt. Also müsst ihr am besten schauen, dass ihr es einfach safe runterspielt, erst die kleinen Schlangen tötet, dann die andere rausholt und überlebt. Dann sollte das hier alles kein Problem sein. Gut, das war es mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein. Würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und ja, sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.